Ja, gerade auf dem Weg zur Beach Road, dann wollte ich zum Praternack, hier ist erstmal Schluss, direkt vor der Dusik-Kurve und ich habe gerade diesen jungen Mann gefragt hier, so, hier ist Stop for 5 Minuten, because Movie, ja, Hello, Movie, Bollywood, ja, hier wird nämlich ein Film gedreht für Bollywood, die indischen Filmemacher sind hier, da warten wir doch eben mal 5 Minuten, und dann wird es wohl hoffentlich weitergehen, ja, auch das ist Parteya, Film statt Parteya, wieder mal kurz und knapp von Hotel Flink von unterwegs, ja, und hier bin ich quasi am Set, direkt an der Beach Road, hier vor mir ein, ja, kleines Auto mit einer Kamera drauf und hier drüben, Kameraarm, Kameras, etliche 1, 2, 3 Kameras, Da wurde also irgendwas gefilmt, was hier die Beach Road runterkommt, und wie man uns schon erkennt, das sind Inder, ja, das ist Hotel Flink live und unterwegs.